Wie lebt es sich für dich dort? Hast du schon richtig Fuß gefasst? Ja, unser Ziel im Leben und was wir erreichen wollen, ungefähr in dieselbe Richtung ausgerichtet ist, Digga. Weißt du, wie ich meine so? Sind die Latinas aus Amerika anders als die Latinas aus Südamerika? Zwei Erfahrungen gemacht mit Ami-Ollen so. Du sagst immer Traum, aber was genau ist denn mal dein großer Traum? Wie sieht's aus mit den Frauen dort? Die sind gefühlt herzlicher. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas. Ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Wir sind wach heute, nah. Zu zweit aus dem Club. Yo, 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 yo. Was geht ab, meine lieben Freunde? Twitch it live oder was? Bruder, ich bin brutal am schwitzen jetzt schon. Seht ihr das? Buenos dias, amigos und amigas. Ich bin übelst fried. Ich war gestern wieder zum ersten Mal richtig krass am trainieren. Und mein ganzer Körper tut weh. Hey, ich bin heute aufgestanden. Ich hab mir gedacht, Bruder, hast du überhaupt geschlafen, Digga? Der ist das. Kennst du das, wenn du aufstehst und das Gefühl hast, du hast gar nicht geschlafen? Du stehst auf, alles tut weh. Augen brennen immer noch. Ich denk mir so, Bruder, wallah, nicht schlecht. Gut, trainiert gestern. Leon, wie lebt es sich für dich dort? Hast du schon richtig Fuß gefasst, Freundin und so weiter? Also, ich sag mal so, grundsätzlich lebt es sich richtig nice für mich gerade so. Bei mir ist immer, ich connecte schnell mit Menschen. Ich connecte schnell mit sehr vielen Menschen. Das habt ihr auch gesehen. Ich war ganz schnell dann schon auf irgendwelchen Boat-Partys und hier connected und da mit Leuten. Und hab in den ersten zwei, drei, vier Wochen hier, glaube ich, schon so viel erlebt wie die letzten drei, vier Jahre nicht mehr so. Aber ich tue mich extrem schwer, damit Menschen dann wirklich nah an mich ranzulassen. Ich bin einer, ich connecte sehr schnell und sehr gerne und hab dann auch ein paar coole Erlebnisse so. Aber bin dann einer, der sich dann relativ schnell wieder abkapselt so. Und für sich alleine sein möchte, in seiner Zone, an seinem Ziel, seinem Traum und seiner Vision arbeiten möchte. Und ich merke halt, und das ist bei mir schon immer so, das war auch schon in Mannheim so, ich war mit ganz wenig Leuten unterwegs, weil ich kann nur mit Leuten unterwegs sein, wenn unsere Ziele, unser Mindset und unser, ja, unser Ziel im Leben und was wir erreichen wollen, ungefähr in dieselbe Richtung ausgerichtet ist, Digga. Weißt du, wie ich meine so? Ich brauch das. Alles, jede Energie, die mich davon irgendwie abhält, runterzieht von dem, was ich für mich im Fokus habe so, das verbanne ich dann ganz schnell wieder aus meinem Leben, weißt du? Und es ist auch sehr schwer, Menschen kennenzulernen, die das Herz haben und so. Weißt du, wie ich meine? Ich bin echt, also ich habe einen krassen Anspruch an Menschen und so. Und wenn dann so eine Menschen in meinem Leben sind, dann versuche ich auch für immer daran festzuhalten, das klappt und funktioniert leider nicht immer. Aber deswegen ist es halt jetzt hier in Mexiko auch wieder so, dass ich halt relativ alleine bin, sage ich mal so. Man lernt immer wieder neue, coole Leute kennen, aber ich bin dann auch kein Typ, der dann mit diesen Leuten einfach so dann extrem viel Zeit verbringt so. Der einzige, den ich hier habe, mit dem ich am meisten Zeit bis jetzt verbracht habe, ist der Mitch, der auch in dem Musikvideo Sonne dabei ist. Der war gestern auch wieder hier und wir haben ein paar Stunden miteinander verbracht so. Und mit ihm habe ich halt auch wirklich eine menschliche Verbindung. Da ist irgendwas, ich spüre da irgendwas. Und das finde ich schön, das ist geil. Ich habe ein Mädel kennengelernt gehabt, ja. Aber daraus ist nichts geworden, ist eine lange Story, Bro. Wird man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nochmal drüber reden. So. Und dann habe ich noch den Christian. Der hat uns gefahren bei Sonne und auch bei Highest im Club mit dem Taxi. Und ich weiß nicht, Digga, ich habe so eine krasse Liebe für den und seine Familie. Seine Frau habe ich kennengelernt. Letztens haben wir alle zusammen gechillt. Seine Ex-Frau, mit der er drei Kinder hat. Haben wir alle zusammen gechillt. Seine zwei Söhne. Ne, nur der ganz Kleine war dabei. Seine Frau, er, ich und Alex. Haben wir einfach gechillt, gegessen, getrunken, gequatscht und so. Der hat mir extrem geholfen hier. Der hat mir geholfen, bei meinem Roller anzumelden. Meinen Roller zu kaufen. Mich hier so zurechtzufinden. Ja, Digga, für den habe ich auch extreme Liebe. Also ich bin nicht komplett alleine, sagen wir mal so. Um die Frage jetzt am Ende final zu beantworten. Mir geht's gut. Danke für die ehrliche Antwort, Onkel Tex. Ich küsse dein Herz, Bro. Gerne. Du sagst immer Traum, aber was genau ist denn mal dein großer Traum? Ja, Bro, das verändert sich im Laufe deines Lebens immer mal wieder so ein bisschen. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Mein Traum verschiebt sich immer mal wieder so ein bisschen. Man hat ja kleine Träume, man hat große Träume, man hat vielleicht ein Endziel, vielleicht auch nicht. Ich sage so, mein Endziel, mein Traum am Ende des Tages ist immer glücklich zu sein. Dieses innerlich zufrieden zu sein. Aufzustehen und sich gut zu fühlen, Digga. Ins Bett zu gehen und sich gut zu fühlen. Die ganze Zeit einfach zu wissen, so ja, Mann. So, weißt du? So. Ich glaube, bei mir ist es auch viel an Familie gekoppelt. So, ich glaube, wenn ich ein Kind habe, dann stehe ich auf und denke nur an mein Kind. So, und dann ist alles andere egal. Und ja, Beispiel wäre so ein Ding, glaube ich, was mich extrem glücklich machen würde. Ich will einfach glücklich sein, Bruder. So. Man hat natürlich Ziele. So Ziele wie mit Rap Mutter ficken. So, ne? Das ist zum Beispiel Mainziel gerade so. So, aber mein Traum ist es, glücklich zu sein. Bruder, höre gerade beide Songs von dir beim Training. Motivierst mich mega. Ich küsse dein Herz, Bruder. Du kannst deine Zukunft verändern mit dem, was du heute machst. True. Was geht, Bruder? Suit. Beste Antwort. Ich küsse dein Herz, Suit. Grüße in die Schweiz, Bro. Wie sieht es aus mit den Frauen dort? Die sind gefühlt herzlicher. Ich sag, die ganzen Menschen sind einfach gefühlt. Nicht gefühlt, die sind herzlicher hier, Bro. Die lachen, Digga. Ey, die stehen hier auf der Baustelle. Ich hab hier ne Baustelle neben mir, ne? Die stehen hier auf der Baustelle teilweise mit Jeans, Hose, Pullover. In fucking 35 Grad Hitze. Und sind am Bauarbeiten. Am Hämmern, so, ne? Und dann seh ich die nach Feierabend hier laufen. Mit nem Brot in der Hand. Und am Smilen, Digga. Und dann guckst du dir an in die Augen. Die gucken dich an. Und du kriegst Liebe, so. Einfach nur so. Ohne Grund, Bro. Du kriegst einfach Liebe, Digga. So. Ja, und so ist es auch teilweise mit den Frauen. Natürlich muss man auch hier an der Stelle ganz klar, Real Talk über Frauen hier in Tulum. Muss man natürlich an der Stelle auch ganz klar sagen, hier sind auch sehr viele Amerikaner. Und Amerikaner sind noch schlimmer als ich. Amerikaner sind halt anders, so. Und Amerikaner haben auch teilweise die Nase oben, so. Die sind so fancy, mancy und so. Noch schlimmer als in Deutschland teilweise. So, ich hab am Anfang in den ersten zwei, drei Wochen zwei Erfahrungen gemacht mit Ami-Ollen, so. Und allein bei den Unterhaltungen, ne? Da hat man sich dann unterhalten, hat man sich hingesetzt, hat man sich unterhalten. Und dann ging's zum Thema Spiritualität. So, und dann haben wir über Spiritualität geredet und ich hab die ganze Zeit vom ersten Talk an schon gemerkt, dass sie fake ist. Kennt ihr dieses aufgesetzte amerikanische, hey, yeah, I'm so spiritual, I'm so spiritual? Aber allein an der Art und Weise, wie die das sagt, hab ich gemerkt, du bist fake. So, und ich bin einer, ich sag das dann auch. Ich sag, no, you're not. Sie sagt so, ich bin spirituell. Ich sag, no, you're not. And then she said like, okay, I'm gonna go. And I said, no, no, ist nicht böse gemeint so, aber an deiner Art und Weise merke ich schon, dass du fake bist, also mach nicht auf spirituell. Ich muss sagen, hier gibt's sehr viele Fake-Spirituelle, die hier einfach hinkommen, die wissen, okay, Tulum ist Yoga, Tulum ist Meditieren, Tulum ist dies. Und dann machen die einen auf, ich bin jetzt spirituell, so, weißt du, wie ich mein so. Aber verhalten sich halt noch so, genauso ego-getrieben wie die, ja, wie vorher, so, weißt du, wie ich meine so. Dabei will ich nicht sagen, ich bin kein heiliger Samariter, der überspirituell ist und nie ego-getrieben. Mein Ego ist riesig so, aber ich versuche daran zu arbeiten und ich versuche real zu sein, Digga. Sind die Latinas aus Amerika anders als die Latinas aus Südamerika? Ja, definitiv. Da spürst du so ein bisschen den Unterschied, den ich eben gesagt hab, so. Aber die sind immer noch cooler als die Amis meistens. Es kommt drauf an, Bruder, wenn du zu lange in Amerika lebst, bist du kaputt. Das ist einfach, wenn du da geboren bist und dir diese Brainwash-Scheiße von Kind auf reingedrückt kriegst, so, in Amerika, also, ich sag auch always zu den Amis, sag ich auch so, you're the most fucked up people in the world, so. I know we're Germans fucked up, but you're more fucked up than us, you know. Und das ist Fakt, meiner Meinung nach. Das sind so die kaputtesten Menschen auf der Welt, sind für mich Amis. Aber auch irgendwo, an vielen Stellen auch die geilsten, Digga. So. Ne? Aber ich mag Frauen aus Venezuela. Und Kolumbien. Diese zwei, das ist so... Andere Physikamento. Sind die Frauen oft für was Lockeres bereit oder eher nur Langfristiges? Du kannst hier so gut wie alles bekommen, sagen wir mal so, runtergebrochen, ne? Hört sich ein bisschen jetzt assi an, aber du kannst hier so gut wie alles irgendwie bekommen, ne? Es kommt immer drauf an, auf was du aus bist, so. Aber was ich auf jeden Fall sagen muss, es ist ja kein Malle. Es ist ja nicht so, dass du rausgehst. Also bei mir war es wirklich eben Malle so, ich mach das ungern, aber es war wirklich so. Weißt du, ich mein, wenn du Bock hast, gehst du raus und nach einer Stunde ging was ab. Sagen wir mal so, jetzt runtergebrochen. Auf assi. Und hier ist es bei, also hier ist das Gaming ein bisschen anders und ich finde es auch besser. Hier wurde ich zum ersten Mal auch, ich bin ein Typ und so, ich bin ein relativ stumpfer Typ, wenn es um Frauen geht. Mein Mindset und mein Umgang mit Frauen auch in der Vergangenheit und auch immer noch ist nicht der Beste, sehe ich auch selber so. Und ich hab Frauen, ich weiß immer noch nicht, wie ich das richtig ausdrücken soll, ohne zu asozial zu klicken, Digga. Weißt du, wie ich meine so? So. Ich sage dir nur, dass du hier auf jeden Fall ein anderes Game an den Tag legen musst. Die Frauen, die ich hier kennengelernt hab, die wollen ne geile Energie mit dir haben. So. Ich war vorher nie einer, der groß auf Dates gegangen ist oder so. Wenn ich meinen Spaß haben wollte, bin ich rausgegangen und hab mir meinen Spaß geholt. Also mittlerweile und hier hab ich gelernt, wenn du ne geile Frau hier haben willst. Ich rede von richtig geilen Frauen, ne. Ich rede von Frauen, die nicht nur geil aussehen, sondern auch sich spirituell sind, sich mit anderen Dingen beschäftigen. So. Einfach schöne, geile, stabile, intelligente Frauen. So. Wenn du die haben willst hier, dann musst du ein Game haben. Dann musst du auch investieren. Zeit, geile Vibes, positiv sein, nicht zu viel Ego getrieben. Das deutsche Game oder das Malle Game oder das Game, was ich vorher hatte, wie ich vorher so, sag ich mal, Frauen klar gemacht hab, so. Also, das Easy Game gibt's hier nicht. Für mich gibt's das hier nicht so. Und das ist gut. Das hat mich geprägt. Das hat mich dazu gebracht, halt, auch jetzt die Energie an erster Stelle zu haben. Nicht mehr so, ich will Sex haben und such mir jetzt ne Frau, sondern ich will ne geile Verbindung mit ner Frau haben, so. Egal ob Sex oder nicht, ich will ne geile Zeit haben mit ner Frau. So war ich früher nie, so war ich nie eingestellt. Das hab ich nie gesehen. Dass es auch Spaß machen kann.